Maschinen made in Germany. International ist dies ein Qualitätsmerkmal deutscher Ingenieursleistung. Um gegenüber der wachsenden internationalen Konkurrenz zu bestehen, müssen Maschinenbauer in technische Innovation und Digitalisierung investieren. Nur so können Maschinen effizienter arbeiten, Fehler in der Produktion vermieden und wertvolle Ressourcen und Energie eingespart werden. Doch die Realität sieht aktuell anders aus. Die tatsächlich wirkenden Kräfte in Maschinen und Anlagen sind unbekannt. Häufig muss der Mensch händig eingreifen und es kommt zu kostspieligen Ausfällen. Wir von Core Sensing haben einen intelligenten Sensor entwickelt, welcher Maschinen das Fühlen beibringt. Diesen bringen wir geschützt ins Innere von Komponenten der Maschine. Dadurch können wir sowohl Ausfälle einzelner Teile der Maschine vorhersagen, als auch die Qualität von Prozessabläufen überwachen und sogar verbessern. Zusammen mit Komponenten und Maschinenherstellern bringen wir die Digitalisierung des Maschinenbaus aktiv voran. Damit künftig Made in Germany für hohe Qualität und digitale Innovation besteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020